Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part. Ich bin wieder bei Avenger und ja, wir sind wieder bei The Walking Dead unterwegs. Gut, im letzten Part waren wir auf Herschels Farm, haben dann, naja, mehr oder weniger uns erdreistet, uns lieber um den Sohn von Candy zu kümmern, wie um den von Herschel und deswegen hat er uns von der Farm gekickt und ja, kurz drauf sind wir natürlich in der Stadt gelandet, weil es Benzin ausging und wurden von Zombies attackiert, von Beißern, Walkern, nennt's wie ihr wollt. Und jetzt sind wir hier gelandet, in dem Druckerieladen meiner Eltern und wir mussten feststellen, dass meine Eltern verstorben sind. Naja, aber nichtsdestotrotz, wir machen auf jeden Fall weiter und tja, ich gebe jetzt The Clam erstmal was zu futtern. Achso, ja. Oh yeah. Danke. Ja, so ein Energy-Riegel ist schon toll. Gut, ähm, ja. Wir können uns hier ja mal ein bisschen umschauen noch, hätte ich mal gesagt. Achso, wir sind schon mal froh, dass der Laden hier nicht geplündert worden ist, verständlicherweise. So, jetzt quatschen wir erstmal die hier an. You're a pretty good shot. Hmm. Well, you don't fuck with a reporter, especially one that's three days out from her last cup of coffee. Ha 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 ha. Uh, uh. You seem to handle yourself pretty well. Really? I'm a disaster. I can't tell. My news editor was eaten about five feet away from me, and I would have joined her if it wasn't for that dorky guy on watch over there. I'm sorry. She was an asshole, but, you know. Haha. 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 Sensatisch. Hm. That guy saved you? Yeah. Can you believe it? Those creeps, or ghouls, or whatever the hell they are. They were pulling our van apart, and that guy, Doug, just came to the rescue. You can never tell who the heroic ones are gonna be, I suppose. It was kinda cute. In that parent's basement sorta way. Huh? Huh? Uh, nothing. How'd you end up here? We drove up to cover the Cherry Blossom Festival. Real hard hitting stuff. Sounds worth it. Tja, das klingt wirklich spannend. What are you messing around with there? A radio. I can't get it to work though. Here, let me have a look. Tja, Frauen und Technik, da müssen wir als Männer immer wieder rangehen. Äh, nix für ungut für die Frauen, die jetzt zuschauen. Ähm, gut. Ich würde mal sagen, drücken wir auf Power. Das ist, was jeder Mann erstmal macht. Okay. Hm. Scheint schon mal nicht zu funktionieren. Volume brauchen wir da natürlich auch nicht rumprobieren. Dann schauen wir doch mal hinten. So, äh, ja, die Antenne ist wahrscheinlich dafür auch nicht zuständig. Wir schauen doch mal, ob die Batterien drin sind. Und, wer hätt's gedacht? Ohne Batterien kann's natürlich auch nicht funktionieren. Ja, natürlich. Ich meine, ja. Ja, nein. Ich kann versuchen, etwas zu finden. Es braucht auch. Danke. Ich würde nicht wirklich wirklich wissen, was zu suchen. Mhm. Gut, alles klar. Wir suchen jetzt Batterien. Und sämtlichen anderen Stuff. Jetzt schauen wir doch mal. Was haben wir denn hier? Äh, äh. Eine Batterie. Wer hätt's gedacht? So, da sind wieder ein paar Bildchen. Na gut, das sind diese, diese Karten. Und so. Ich glaub, die Fotos von meinen Eltern hab ich schon mal angeschaut irgendwann. So, oder so. Ah, hier. Da ist noch. Aha, da ist noch ein Riegel. Ich werd verrückt. Den werde ich jetzt mal sofort dem Kleinen hier geben. Ich denke mal, der ist am Verhungern, der kurzer. Es ist nicht so viel, aber hier. Für das Bord. Oh, danke, Lee. Er ist krass laut. Das ist süß, Lee. Tja, das ist süß von mir. Ich weiß. Ich weiß. I know that. I know that. Äh. Oh, wait a minute. Ja gut, das ist die Tür. Da können wir übrigens auch reingehen irgendwann. Ist das noch ein paar Riegel jetzt aber offen? Oh yeah, noch ein paar Riegel. Ähm. Gut. Jetzt müssen wir mal gerade gucken. Sind hier noch irgendwo? Batterie und Sofienden. Ne? Na gut, hier ist ja auch nichts drin. Nicht wirklich. Ich bin mir jetzt nicht mehr so ganz sicher, aber... Naja, gut. Äh. Gehen wir denen erstmal was zu fressen hier. Es ist nicht viel, aber hier. Bist du sicher? Ja. Du bist ziemlich ein bisschen Stress. Danke. Das ist äh... wirklich süß. Nimm es nicht. Ich glaub, die mag mich. Jaaa, die mag mich. Definitiv, die mag mich. Äh. Achso, es war wieder ein Tür-Symbol. Ich meinte, hier wären die Batterien irgendwo. Äh. What the fuck? Achso, hier. Äh. Ist natürlich wieder klar. Alles hier so. Ha. Ich weiß nicht so recht. Ich weiß nicht so recht. Vielleicht hier so. Achso, hier kommen wir schon gar nicht mehr weiter. Das ist natürlich... Ist natürlich sehr, sehr... Oh. What the fuck? Ah, eine Batterie. Ich werd verrückt. Alles klar. Wir haben alle Batterien gefunden. Jetzt können wir... ...de Radio bringen in Gang. So. Fertig. Herde mit. Mhm. Jetzt müsstest du es aber auch eigentlich hinkriegen, denk ich, oder? Oh. Hier ist eine andere. Okay. Ähm. Es funktioniert noch nicht? Immer noch nicht? Sie kriegt es nicht hin. Ich glaube, ich spinne. Geh auf. Tja, dann schauen wir uns doch mal das Batterienfach an, weil meistens werden die Batterien aber falsch reingelegt. Das kann schon mal passieren. Ich meine, obwohl hier deutlich plus und minus steht und der Nippel nach vorne und nicht nach hinten. Wir gucken. Natürlich sind sie verkehrt rum. Yeah. Bam. So. Deckel wieder drauf. So. Die Antenne nach oben, weil sonst geht es ja auch nicht. Für den Empfang sorgen. Was ist das eigentlich für ein scheiß altes Ding, ey? Und der Powerknopf. Und der Powerknopf. Die Station ist okay. Im Moment einer vollen... Äh. Die Produkte sagt mir, wir müssen weg. Steh. Steh. W-A-B-E wünscht euch, wenn ihr Lieben... Gott sei Dank euch alle. Ah. Alles klar. Gut. Das sagt mehr als tausend Worte, hätte ich mal gesagt. Oh shit. Also ihr Sender wurde gerade wahrscheinlich abgefuckt oder so. Die klang wirklich nicht so gut. Ja. Hm. Du musst nicht sein. Es ist traumatisch. Ich bin sicher, dass einige Leute rauskommen. Vielleicht sind sie alle geschlossert. Dann wieder vielleicht nicht. Vielleicht auch nicht. Ist richtig. Hat deine Sorge zur Kenntnis genommen. Okay. Ich würde mal sagen, ich geh jetzt mal in diese Tür hier rein, weil sonst... Nach dem Schitzurteilen Lives Inside waren da meine Eltern drin. Wo es zum Ende hinging. Wow. Also sind wir jetzt im Büro. Ich kann nicht. Ich kann nicht über sie in hier denken. Genau, Clem. Bleib erstmal da stehen. Ja komm. Fangen wir vorne an. Gehen alles einmal durch. Zur Hintergasse. Das ist natürlich schön. So. Schauen wir uns das hier mal an. Meine Eltern kamen hier, hoffen zu überleben. Aber es sieht aus, dass einer der meisten gehört hat. Ich wusste, ob es mein Vater war. Ich versuche, ein Heroin zu sein. Vielleicht. Oder ein Protektor. Ja. Das Bild. Oh hey, da sind wir sogar mit drauf. Ich werde verrückt. Die haben bis zum Schluss an mich geglaubt. Oh. Find anything? Ja, ich hab was gefunden. Ja, ich hab ein Foto gefunden. Hm. Hm. Ja. Ja. I've been sticking to First Names for a reason. You seem like an okay guy, and the last thing we need is drama out there. You've got this little girl to take care of, and... Look, don't make me wrong on this. I don't plan to. Good. Because if this lasts longer than a few days, and you're a detriment to the group, then we'd have a problem. I hear you. I'll just keep it to myself. Thanks. Don't worry about it. Luckily there's nothing I need in here. What's that? This is my dad's cane. He'd zip around here on it from time to time. Was he sick? Nah, he was okay. I actually saw him whoop shoplifter's with it. This cane has protected this place better than any guard dog ever could. Let's see how to make it look cool. Like you with your hat. My dad gave it to me. See, dad's are smart like that. Hmm, smart like that. Okay, okay. Also, um... I would say... It's going to the apartment, so we have to leave the table. I've said that. Better get this door clear, huh? Can I help? Sure. But, sure. Here we go. Watch your fingers in the drawers. How are you doing? Yeah, it's not that heavy. How about with everything outside? It's not good. No, it's not. But I think it'll be okay. Okay. Here we go. Do you have kids? Uh, no. And you don't have a family? Let's not talk about that. Do you play sports? I play soccer, but I don't really like it. I'm not crazy about it either. Alright, a little further. Do you play soccer? Do you play soccer? Do you play soccer? Do you play soccer? Why don't you want to talk about your family? Do they, like, hate you? Hmm. I wouldn't blame them. Why? Did you fight? I fight with my mom sometimes. We didn't fight. We just didn't talk for a while. Look, my family's gone and I just wish things would have been different. Yeah. We'll be honest with her and tell her what I did. I got into a fight once. And what happened? And it ended really badly. After that I wasn't allowed to talk to my family. That's so sad. Let's move this thing. Ow! Are you okay? I hurt my finger. Is it bleeding? A little. I'll find you a bandage. Hmm. Let's take a look at that finger. Hmm. Now. It hurts. Let's see if we can do something. Let's see if we can do something. Let's get this cut covered up. Yes please. Oh, no Hello Kitty Muster. Hmm. Good. That's great. Lee? What? What if my parents come home and I'm not there? Hmm. 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 Okay. Well we should keep a look out. I've got my walkie-talkie in case they try that way. Stay close to me until then. Okay? Okay. Hey, a family now. Irre. It's the remote to my dad's TV. Okay. Für den Fernsehen meines Dads. Okay. That's what I think. Hmm. Hat er nicht mal richtig durchgeschaltet. Also bitte. Gut, äh. Reden wir doch nur mal kurz mit ihm. Hast du von klein gehört? Wie geht's deinem Finger? Ja. Everyone out there seem all right to you? Yeah. Well, maybe not the sick guy. Yeah. We'll keep an eye on him. Hmm. There was that theme in the bathroom. It tried to get me. I know. But you stopped it. Yeah. I did. Oh yeah. Can you do that more? Well, I'm not gonna go looking for. I mean, get the dangerous ones. I'm gonna try. Good. Good. Have you heard from Glenn? Not in a little while. How's your figure? It's okay. Thanks for fixing it. We have it repaired. Hmm. Glaubst du, we all are okay? That's had me actually. I'm gonna keep looking around. Okay. Good. In the door will you not get in the door without a connection. We should be able to find tools for Larry in there. It should actually not happen. We need to track down the keys if we're gonna help Larry. All right. Good. Prima, Linsky. That's what we've already looked at. We'll just go out now. Want to head back into the drugstore with me? Okay. Lee? Yeah. You're not bad, right? I... Why are you asking me that? That lady said you killed someone. Was that because he was one of the things trying to eat you? No. He wasn't. Oh. Was he bad? He was. Hmm. Na gut, wir wissen ja jetzt schon mal, warum wir ihn umgebracht haben. Ich hatte ja im ersten, äh ne, im zweiten Part hab ich gesagt, das wird ein bisschen verschwiegen. Ähm. Wird's ja, äh, im Moment ja nicht. Also, wir haben herausgefunden, dass er auf jeden Fall mit unserer Frau gepimpert hat und, äh, Deswegen, na, ihr wisst schon, da wurden wir ziemlich böse und so und haben uns dann gedacht, ja, komm, hauen wir den Kerl mal ein paar auf die Fresse. Ich weiß nicht, ob ich es genau so machen würde, aber wahrscheinlich schon. Also, wenn meine Frau was sie natürlich nie machen würde, naja, ihr wisst schon. Ja, ihr wisst schon. Ja, natürlich. So, ich bin da at that Motor Inn, und, äh, ich bin stuck. Stuck? Stuck. Ja, ich habe eine Chance für die Gruppe zu bekommen, und ein paar der Rollman-Wan haben sie auf mich. Ich bin hier drüber, aber sie werden nicht verlassen. Was ist das? Glein ist da bei der Motor Inn. Hey, Glein, wir werden es überlegen, und senden die Gruppe zu kommen, okay? Awesome. Ich bin fest, bis dann. Sounds gut. I'm gonna hold on to this until we get Glein zurück, okay? Ich bin gut gehalten. What do you think? I think Doug's not great around Zombies, and you've got your family here. I'll take Carly and her dead eye down to the Motor Inn, get Glein, and get back here as fast as I can. If that's what you want to do, somebody's got to. Yeah, I'm in. Good. Doesn't sound too bad there right now. Let me know as soon as you want to head out. I could use a jog. Alles klar. Also, ich würde sagen, wir sind fertig, ne? Und fahren auf jeden Fall jetzt dahin. Oder wollen wir uns zu Hause noch ein bisschen umschauen? Nein, wir fahren jetzt und retten Glenn, weil wir cool sind. Ähm, bist du bereit für da draußen? You got it. 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 Let's go. Immer wieder. Oh yeah. Oh yeah. Trevor Motel. Und das war ja ziemlich knapp, hätte ich jetzt mal gesagt. Oh man, ich bin glatt, dass du hier bist. Jesus, Glenn. Well, right then wasn't so hard. Can we get out of here before any of these things notice us? Not yet. There's a survivor trapped up there. No way. We gotta go. Now. Listen, I was out here looking for gas. And then, up there in the corner room, I heard crying coming from inside. Who is it? It's a girl. We talked and she got frightened. I was trying to get in and help her and she started yelling and saying I was bitten. I tried to convince her I wasn't and that's when all these guys came out of the forest. A couple almost got me and I ended up hiding in the ice machine. Lucky you. Now let's go. We can't just leave her. Damn right we can. You guys are suicidal. Over a girl. I'm saving her. With or without you. Think about it if it was you. Okay. Let's go save Glenn's damsel in distress. Okay. Also wir müssen jetzt, ähm... ...eine Frau retten, die sich eingeschlossen hat und, äh, von diesen Zombies... ...belagert ist. Na, ich meine, so viele sind's nicht. Ich hoffe, es kommen auch nicht ganz so viele dazu. We don't know how hard it's gonna be to get her out of that room. Yeah, it's a pillow. So we have to kill every one of them in here. Quietly. Always attracts these things. Now let's have a look around. Yeah, I'm ready for this. Okay. It's a pillow. Also ein Kissen. Das nehmen wir uns direkt. Good luck smothering them to death. That's not really what I have in mind. Also, ähm, wir haben ja nur die Schusswaffe. Von ihr. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie wir die am sinnvollsten einsetzen. Ich würde mal sagen... ...wir gehen erstmal in diese Richtung. Wie gesagt, oder? Äh? Geht das gar nicht, oder was? Okay. That's right. Äh, wir schleichen einfach mal so darüber. Du, 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 du. Toc, 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 toc. Ja, mit dem Kissen. Hm, das ist wohl richtig. We must walk him back. Okay. That's good. Gehen wir doch mal zum Auto. Vielleicht finden wir da irgendwo was Sinnvolles. Hm. Kümmern wir uns erstmal um den, um den hier. Nimm deine Waffe, du Ratte. Weil der kann es nicht wirklich viel tun. Der sitzt dann nämlich rum, der andere steht. Das könnte ein bisschen schwer werden. Mit dem Kissen ist echt intelligent. Wie so ein Schalldämpfer. Sehr gut. Sieht man in manchen Kriminalfilmen. Und so. Gut. What the fuck we must do it. Ich würde sagen, wir öffnen mal die Tür. So. So. Mua. Okay. Oh, eine Zündkerze. Das ist nice. Können bestimmt verwenden. Irgendwie. Vielleicht können wir damit wieder ein Auto in Gang bringen oder so. Weiß man ja nicht. Gut. Handbremse lösen. Ich glaube, ich weiß, was man hier machen muss. Wir werden jetzt den da hinten, der da die Wand knutscht, den werden wir jetzt mit dem Auto ganz krass, äh, unfracken hier. Ja, nicht abhauen. Gleich geht's los. Ja, guten Tag. So, fertig. Das war awesome. Ja, wo sind wir jetzt aber? Weil die gucken da und wir stehen plötzlich nicht mehr im Auto. Das ist schon echt krass. Äh, what the fuck. Achso, okay. Alles klar. Wir gucken uns das mal an. Dann gehen wir dafür mal hoch. So. Okay. Also am besten. Probieren wir es mal wieder vor. Vielleicht klappt es. Äh, sind alle Bogen gebrochen. Äh. Ninja, what now? You picked up that spark plug to shatter that window, right? What the hell are you talking about? Let me see the spark plug. The porcelain inside these things turns car windows to tissue paper. So ein kleines Ding. Okay. Okay. Dann, äh. Das war ja jetzt gar nicht laut. Na, halt. Nur, ach. Ich komme auch immer auf die Idee, einfach irgendwas in der Scheibe reinzuschmeißen. Gerade, wenn man dann leise sein muss. Na gut. Jetzt haben wir so ein Eispickel oder was ist das da? Na, schraubenzieher. Schraubenzieher. Ja, das wird wahrscheinlich in ein Gehirn reingehen wie durch Butter. Jetzt, jetzt ist halt die Frage, wir müssen wahrscheinlich jetzt erstmal die anderen Walker ausschalten. Damit wir den am Auto dann platt machen können. Ja. Das ist, glaube ich, ein guter Plan. Gut. Äh. Kann man was machen? Ja. Wir dürfen. Gut. Und wir gehen jetzt erstmal hier entlang. Laufen. Ja, bitte. Den machen wir dann gleich. So. Okay. Ach, gepfiffen. Du trägst auch. Okay, warten, warten. Jetzt. Setz. Oh mein Gott. Ja, gleich in den Kopf, du Ratte. Was ist mit dir nicht in Ordnung? Oh nein. Wäre schon ein krasser Motherfucker. Ja, wir machen jetzt erst platt. Na toll. Jetzt ist das Ding im Kopf verschwunden. Ha, holy shit. It's cool. Now we've got this. Hmm. Are you two done? Seid ihr so fertig? Ja, wir müssen uns halt, äh, no? Darüber und halt, wie cool das jetzt gerade war. Das hat mich jetzt irgendwie an Batman erinnert, wo der Joker hier den Flaschen verschwinden lässt. Also ist schon ziemlich nice. Warum nicht ihr euch hinterlassen, falls das zu hell geht. Okay, wir sind gleich hinter dir. Okay. I'm going first. Renn, 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 renn. Ich mein, so leicht müssen wir jetzt auch wieder nicht sein, äh, ne? Wir haben ja ne fette Axt, Alter, am Start. Let's go. Ja, komm, lauf. Passt schon. Alles gut. Ich würde sagen, gleich müsste was aufleuchten. Mein Name ist... Komm, noch mal. Bamzen. Oh yeah. Und der nächste. Flats. Boah, voll in den Kopf, abgabend habt ihr das gesehen, Alter, fett. Der ist voll so flats und alles voller Blut und so. Also, äh, ja. So, und mach up das Ding. Stop, just stop! I'm coming out. You're hurt. Oh, God. I... Oh, scheiße. We need to get you help. It's too late for that. Guys, she's been bitten. What? I told you, I said go away. I'm bit. But you wouldn't just leave. Let's calm down. You could be fine. I won't be fine. My boyfriend was bitten. You get sick and you die and you come back and you kill anything you can find. You have a boyfriend? Lynn. I don't want that. It's not Christian. Please. Just leave me. Please go. Come with us and we'll find you some help. You have a gun. So? Can I borrow it? What do you mean, borrow? Give it to me? I can just, you know, end this and then there's no problem. Whoa, whoa, whoa. Please. I don't want to be one of them. They're, they're satanic. We can't let you do that to yourself. We can't let you do that to yourself. Then do it for me. We need to get going. Give it to me, please. This is crazy. Please, step back. It's just two seconds, just one bullet. And I can be with my family and it'll help me fine. Miss. Back up, please. Whoa. Whoa. Oh my God. Oh my God. Whoa. Whoa. Take it easy. We just want to help. You can't. Miss. Just relax now. You need to think this through. We'll find you a doctor. It'll be okay. Let's all just... No, no, no! Die muss ziemlich verzweifelt gewesen sein, um das zu tun. Ach, Glenn. Let's get out of here. Yeah. We must go fast. Shit! Here they come! Get in! Everyone alright? Yeah, we had some close calls, but Glenn is fine. Well, yeah. We're okay. I've got a few canes of gas for your pickup in the trunk of my car. Good to hear it. And things back here? Quiet. Our friend is still in and out over there. Hmm. He won't survive any more stress. The next order of business is getting those pills out of the pharmacy. Let's see. And we're going to get those pills out of here. Because we're going to do now, what we didn't have done before. We're going to get out of here. Ha, 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 yeah. I mean, I could try to open the door just to open the door. Let's talk about Glenn. Oh, we're going to get out of here. 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 You know, when things are taken away, people do crazy shit. I guess. That's not me. I'm not giving up. Not for anything. Good, man. Good. I guess you really wanted that gun. Seems like. Why didn't you tell Carly to just give it to her? No, we're not giving up. People can't be giving up. This will pass. I'm with you. I'm glad to hear it. What's your story, Glenn? I deliver pizzas around here. I brought a couple to the Everetts a few times. Sorry. I mean, the folks that own this place. Just really good people. It sucks seeing this place like this. Isn't that the truth? What's your next move? I don't know. I mean, you guys seem okay. What about your family? Yeah, I... I... Forget it, man. That's your business. I hate feeling like I can't do anything. I know the feeling, man. Try to get some rest. Yeah, right. Okay, good. Um, yeah. Wir gehen jetzt nach draußen und klären das erst mal. Äh, wir haben... Wollen wir Sie erst noch mal kurz befragen, wie es hier geht? Ja, schauen wir mal. Hey. Story to seven nuts, huh? Story to a century here, huh? Yeah, and I've got shit for recording equipment. And from the looks of it, there isn't going to be any shortage of first-hand accounts. You do radio? That's right. Well, until some piece of shit politicians yank our funding, and I hit the blogosphere. I better get back to it. Yep. Thanks, by the way. Don't mention it. Just remember what I said. Yeah. I will. Yeah. Verteilung. So, wir gehen jetzt nach draußen. Ein bisschen Action und so. Nothing, Lucky. Wanna step outside, have a look around? Heh, I'm not suicidal yet. No, the gate out there is closed. We can hang out in front of the store and be fine. Oh, hmm. Ja, sehen wir uns morgen. Let's go have a look around. Cool, and we'll keep it down. Don't need to bring them back this way with any unnecessary noise. Ja, hee, ja, hat er wohl recht. Gut. Schauen wir uns doch draußen mal ein bisschen um. Malaga. I think I'm gonna be sick. They just... Eat. As far as I can tell, that's all they care about. And if one gets you... They eat you. And whatever's left comes back as one of them. How the fuck? I think it might be more than a couple days before all this gets sorted out. Yeah. I think so too. We better keep it down out of here. Also, gut. Hm. Yeah, that's a hasty fortification job over there. Haha, it didn't work. Tja, hat wohl nicht so geklappt. So, ähm. Ich würde mal sagen. Tools and... Tools and... Tools and more. Mhm. Hat er vielleicht auch Waffen da drin? Did you guys try to get in there and get weapons? I did, but it was too risky. And then a bunch of guys showed up and they tried. And what happened? I think they are most of who you see wandering around out there. Ah ja. Haha, toll. Okay. Also, da drüben stehen viele Fernseher rum. Vielleicht können wir mit der Fernbedienung Eftel, äh... Mal probieren. Naja. Think you can do anything with this? You know what I could do? What's that? Ah, der ist ja hier so Studiotechniker und so'n Scheiß, ne? Der Kameramann, keine Ahnung. It's universal. I could program it to work with those TVs across the street. I just hope the power is still hot. Ja, what is that? You can just do that. I memorized all the codes when I was in AV. Let's try. Hmm. Oh yeah. Well, fucking done. It works. I can't believe it. Ah, da wird ja schon mal einer aufmerksam. Ist ja schon mal gut. Ah, toll. Na ja, versuch was wert. Da hätten wir uns mal draußen ein bisschen umschauen können. Was ist eigentlich mit dem hier? Oh, vielleicht machen wir den Bild vergleichen? So, wie können wir die jetzt so ablenken, dass wir da reinkommen? Also, beziehungsweise raus. Hmm. Irgendwo was nützliches. Hey, what's that? Ziegelstein. Das ist natürlich nice. Ähm. Schloss. Probieren wir doch mal die Axt aus. Das funktioniert bestimmt. Oh, weil das ziemlich laut ist eigentlich. Okay, also jetzt... Jetzt müssen wir ja nicht rankommen. Ernsthaft? Ah klar, wir müssen erstmal einen Spalt aufmachen, dass wir besser drankommen. Ist ja klar. Ja. Jetzt kommen wir auf jeden Fall dran. Also, es würde mich wundern, wenn nicht. So, komm her. Ich glaube, wir haben nur einen Versuch. Kommt der zum Minigame? Ich weiß es nicht. Also, auf dem Handy hat er... Genau. Selber geworfen. Oh yeah. Das müsste jetzt eigentlich laut genug sein, dass die... Haha. Sensationell. Oh yeah. Tja. Also, rennen wir halt mal schnell rüber. Und gucken wir, was da los ist. Das ist nämlich mein Bruder, der da drüben liegt. Also, Spielbruder ist da klar, ne? Während ich den Loverboy von meiner Frau gekillt habe, hat er auf unsere Eltern aufgefasst. Und hat im Laden ausgeholfen. Ich finde das ziemlich traurig an dieser Stelle, weil das ist echt scheiße, Mann. Genau, Mann. Das ist mein Bruder. Arschloch. Das kann ich ehrlich wissen. Ich bin sorry, Mann. Ich bin sorry, ich war nicht hier. Aber nur, wenn du bist, um sich vor uns zu beziehen. Das hilft. Ah, danke dafür, Alter. Ich kann es ziemlich nachempfinden, weil ich habe auch einen großen Bruder und ich wüsste nicht, ob ich das machen könnte jetzt. Alter. Dammit. Wie, immer noch nicht? Zieh doch mal auf den Kopf. Geht doch. Herr Bruder. Oh, shit, Mann. Oh, mein Gott. Da geht's. Holy crap! Run! Oh, meine Fresse. Alter, lauf sie zu. Du Pfosten. Los. Run. Ja, das Schloss haben wir natürlich zertrümmernd. Das wäre natürlich leichter gewesen, hätten wir mir einfach die Kombination verraten. So. Wir hatten erfolgreich die Schlüssel. Ich habe die Schlüsse. Great. Gott, du bist unglaublich. Lass uns in da rein. Ja, ich weiß schon, dass ich... Ich bin einfach toll, Mann. Hörst du? Hörst. We've got the keys and can open the door. So. Jetzt ist nur eine Frage. Ich meine, der Strom läuft ja noch. Ist das Ding alarmgesichert? Oh, no. Shit. We gotta hurry. Oh, man. Jetzt haben wir die Scheißpillen und... Naja. Ihr seht ja das Resultat. Fuck. Scheiße, Mann. Hey, sweetie. You all right? Oh, my God. Doc? We fucked. Du mit dem. Ich habe dich unter den Weg. Ich habe dich unter den Kopf aus. Ich habe dich ab. Du gehst. Locker, Karli, und Lee? Ich habe dich zuerst, unsere Protection zu bleiben. Und Lee, ich hätte gerne den 16, in der ich eine Gruppe gehst. Hier geht's. Das Tür ist noch nicht mehr. Du drei, ich dich aufstehen. Ich bin schnellst du schnellst. Ich bin schnellst, wie ich bin. oh fuck what the hell we can do yeah genau machen wir es so dass wir wissen dass ich finde ich das coole sache wir überstehen das we'll make it through this we don't make it through this oh my god are you sure oh shit okay then chimitide can you look with something sticking between the handles Hmmmm. Ja genau, komm verpingle dich. Ich mach das schon. Ok, ok. Gib mir das Steck. In there, yes. Oh my god. Ich dampf die Bluse, Alter. Oh nein, das ist so einfach. Oh fuck. Alter, wen sollen wir retten, verdammte Scheiße. Daku da Kali, Daku da Kali, Daku da Kali, Daku da Kali. Ja komm, scheiß drauf. Oh nein. Alter, das kommt mir an. Na, das kommt mir an. Oh mein Gott. Was heißt denn mal Frauen und Kinder zuerst, Mann? Was? Schreibt mir auf jeden Fall in die Comments, wenn ihr gerettet hätt. Oh mein Gott, Clementine. Ja komm, tritt nochmal drauf. Als in die Fresse. Ja komm, und nochmal. Als in die Fresse. Ja komm, und nochmal. Alter, was willst du jetzt? Oh shit. Hallo, ich kann nichts mehr tun. Woaa. Woah. Thanks, Candy. Give me a hand. Especially a good friend. Du bist ein cooler Freund, Alter. Ja. Ah ja, Schwede. Mir dampft die Bluse. Puh. Oh, sensationell. Ja, Scheiße wegen Duck und so. Ah, ich meine sie kann wenigstens schießen. Was? Hm. Fuck. So. Jetzt sind wir natürlich da, wo wir vorher waren, am Hotel. Die ist schon heiß. Und sie erinnert mich ein bisschen an meine Frau, wenn ich ehrlich bin. Hm. Ach ja. Wir kümmern uns um Clementine. Und um die anderen. Wir sind nämlich hier, äh, die, äh, die Hauptperson. Wir müssen das tun. Überall wird rumgeballert, jeder schreit hier rum und bam, 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 bam. Ich würde mich echt mal fragen, wie wäre das, wenn das bei uns so wäre? Ich meine, könntest du mir ja mal in die Comments schreiben, wie es bei uns dann so laufen würde, in Deutschland, intern. Ich denke, ich muss gehen. To Atlanta? Ja. Ich habe Freunde dort. Und ich kann einfach nicht hier bleiben, dass sie in die Stadt sein können. Sieht so, dass niemand weiß, was da passiert. Wenn wir ein paar Tage ago leften, könnte es auch gehen. Ich muss meine Chance nehmen. Wir versuchen es. Alter. Der Part wird richtig lange. Gerade im Moment. Wir versuchen es. Alter. Boah, der Part wird richtig lange. Gerade im Moment. Ja. Alter, auf dem Truck hinten stand gerade Shit Happens drauf. Okay, ich glaube wir müssen jetzt hier mal alle durchgehen. Danke. Vielen Dank. Danke. 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 Tschüss. Das ist ja bloß. Ich weiß nur noch nicht. Ich kann mich stops mit Gedanken über Doug. Wir haben uns nicht eternity kucken, werden wir es. Ich verwende er niemanden. Das ist nicht so. Ja. Das ist was Pache. Wir kennen uns so. Ich verstehe. Warte, Lee? Was ist das? Wie hast du gewählt? Wir beide brauchten dich. Du wählst mich. Ich wollte nur beiden helfen. Aber du helpt mich zuerst. Ja, ich habe. Ich wollte nur, wir beide hätten es geschafft. Ich auch, Curly. Okay. Wir sind jetzt hier, anscheinend alle durchfahren. Ich gehe jetzt erstmal hier zu... ...meiner Kleinen und frage Gary's again. Ich hab deinen Arsch gerettet, du Bastard. Du haust meine rein. Du spinnst, ey. Hey Duck, uh... Du willst ein cooler Feuer? Okay, sorry. Pfff. Ich bin sorry, es gibt nicht viele Kinder hier. Nein, das ist nicht das. Es ist... Ich wurde wiederholfen. Ich war da, aber... Ich bin weg. Und mein Walkie-Talkie ist weg. Glenn hat das andere. Oh, ich bin sorry. Danke. Ich weiß, dass ich schwer sein muss. Ich bin einfach schrecklich. Ich weiß, dass es nicht Sinn macht. Aber das ist wie ich mit meiner Mutter und Vater zu sprechen. Und jetzt sind sie weg. Es ist weg. Vielleicht können wir einen anderen finden. Ich bin einfach ein bisschen. Ich bin einfach ein bisschen. Lee, komm her für ein Moment. Hm. Ich muss mich mit das anfangen. Oh, Mann! Clementine! Ein anderes Ding! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wie ist das? Ich bin ein Kind. Oh, sie ist großartig. Sie sind ein Körner. Und du warst, bevor es etwas war, was du tun musst, um zu leben zu bleiben. Ich weiß, wer du bist. Und ich gebe nicht eine Scheiße, was dir passiert. Aber wenn was mit meiner Mutter passiert, oder dem kleinen Mädchen, die du mit dir hast... Du guckst deinen Scheiß. Der ist uns sehr dankbar, dass wir ihm geholfen haben. Wirklich. Na klar. Auch wenn dein Vater böse guckst. Stimmt. Sie mag mich. Definitiv. Licht ist echt gut. Mhm. Äh. So zum Thema Licht. Fortsetzung folgt. Und wie es weiter geht, das schauen wir uns jetzt nochmal an. Nächstes Mal bei The Walking Dead. Fortsetzung. 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 Wir haben Nowakunter. Ist Ellisowned. περι 그� ūk 떵, im Nachh именно blank. Fortsetzung von den Walking Out00-Lübsterufcom. fundamentals Masch als Opa. Na, endlich kommt ein Gewohn. Warchemen wird diese Ehren extensions nicht Pisgern. infl鍵 sieare universit Portion. Dramatien Molly Acht. Ich habe noch nicht gegründet, dass du Duck aus den Walkern von Herschel zu retten. Irgendwas kommt, Lee. Hier wird ein Krieg sein. Die Walkern nicht mehr so viel als die Bandits. Fuck with us! Jetzt werden wir von Sean nehmen! Es ist zu viele von ihnen! Du hast nie erlebt, mein Dad. Geh ihn zurück in die Drugstore. Du hast ihn nicht gemacht. Du hast ihn nicht gemacht. Das ist nicht passiert. Nicht mehr, bitte! Nicht mehr, bitte! 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 Aaaaaaah! So, hier nochmal zu unseren Entscheidungen. Aufrichtigkeit. Herschel angelogen. Du und 63% der Spieler die Wahrheit gesagt. Ja, wir sind halt coole Menschen. Wen würdest du retten? Duck oder Sean? Du und 49er Spieler, Duck gewählt. Natürlich hilft man dem Kind. Einerseits ist es eine andere Zeit. Vielleicht wäre ein erwachsener Mann sinnvoller wie ein Kind. Was man aber auch jetzt seinem Gewissen auch nicht antun kann. Also ich habe das Kind genommen, wie 49% der anderen. Naja, egal. Loyalität auf Kennys Seite. War ich. Du und 48% der Spieler Kenny verteidigt. Ja, ist richtig. Mach ich, weil es cooler Freund ist und er hat mir auch geholfen. Also es ist jetzt nicht so, ne? Auch wenn er zu Anfangs erst ein kleiner Schisser war. Gut. Gnade. Irene die Waffe gegeben. Du und 55% der Spieler die Waffe nicht genommen. Also nicht gegeben. Ich glaube das ist einfach nur falsch übersetzt. Auf jeden Fall. Wir haben ihr die Waffe nicht gegeben. Weil ich schätze das Leben auch zu dieser Zeit. Und ich würde auch, denke ich mal, wenn ich nicht wüsste, dass jeder infiziert ist. Und es eigentlich gar keine Hilfe gibt. Weil man das ja nicht weiß. Ich würde trotzdem versuchen jeden zu retten, der in der Klemme ist. Das ist ja völlig klar. Wen würdest du retten? Duck oder Carly? Ja, ich habe die Frau genommen. Weil es heißt immer Frauen und Kinder zuerst. Und sie hat eine Waffe und kann schießen. Naja. Ihr wisst schon. 76% der Spieler haben Carly gewählt. Also ich war nicht alleine. So. Jetzt läuft der Abspann. Ich bedanke mich ganz ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich weiß es ist ein ewig langer Part geworden. Aber ich wollte auch nicht nur blödes Rumglaber. Ich wollte euch auch ein bisschen Action präsentieren. Und. Ja. Ihr habt ja bestimmt gemerkt. Ich habe 50 Abonnenten. Und ich wollte ein Special machen. Also vergesst nicht in die Comments reinzuschreiben. So ein paar Fragen für mein FAQ. Sowas habe ich zumindest vorgehabt. Damit ich auch ein bisschen was beantworten kann. Nicht? Und es soll ja auch ein langes Video werden. Also brauche ich ziemlich viele Fragen. So. Ähm. Ja. Was gibt es noch dazu zu sagen? Schreibt mir auf jeden Fall in die Comments wie ihr das findet. Ich habe vorhin noch darauf angesprochen was ihr machen würdet. Wenn ihr praktisch. Also wenn das bei uns in Deutschland passieren würde. Und wie es ablaufen würde. Eure Meinung dazu. Meine Meinung wäre es natürlich. Klar wir haben die Bundeswehr. Ist ja logisch. Aber. Wenn man jetzt mal so überlegt. Da das ja alles nur ein bisschen Fantasy like ist. Und mehr so Horror wie Realität. Denke ich mal. Bis da wirklich einer auf die Idee kommt. Hey das könnte ja wirklich einer sein. Ich meine. Ich könnte jetzt nicht einfach einen auf der Straße umbringen. Der ein bisschen verletzt ist. Ich meine. Wer jetzt schon total verwest ist. Ist ja klar. Nicht. Aber. Ihr wisst was ich meine. Schreibt mir auf jeden Fall in die Comments. Was ihr tun würdet. Oder was ihr darüber denkt. Und. Wir sehen uns beim nächsten Video. Wie schon gesagt. Immer schön liken. Wenn ihr mich richtig krass findet. Dann noch abonnieren. Kommentieren. Nicht vergessen. Und wenn. Dislike. Auf jeden Fall begründen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich bin euer Avenger. Bis zur nächsten Folge von The Walking Dead. Und wir sehen euch. Gute Nacht. Guten Tag. Guten Morgen. Oder Mittag. Oder je nachdem. Wann ihr dieses Video schaut. Haut da rein. Meine YouTube Homies. Bis dann. Servus. S restaurants. Gute Nacht.